Hallo liebe Freunde. Hallo liebe Studenten. Wir bleiben bei der Leichtathletik. Ja, er liebt Leichtathletik, also die dritte Person Singular. Robert liebt Leichtathletik. Welche Disziplinen gefallen Robert? Ihm gefallen auch die Laufdisziplinen, aber auch andere. Ihm gefällt besonders, wer 100 Meter springt. Und ihm gefällt besonders Stabhochsprung. Ja, oder der Stabhochsprung, das ist dann immer sprachlich, das ist auch nicht falsch. Und ihm gefällt besonders Sperrwerfen. Und ihm gefällt besonders Hammerwurf. Und ihm gefällt besonders Kugelstoßen. Ja, und dasselbe, wie da mit der Struktur etwas fasziniert jemanden, dann haben wir den Akkusativ. Also diese Disziplin fasziniert ihn. Dankeschön. Untertitelung. Darf little. Untertitelung.